Seid gegrüßt, liebe Leute, ich bin's mal wieder, Christopher Replay. Heute ein neues Video für euch. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das ich mir in den letzten Tagen durchgelesen habe. Es handelt sich um den Kriminalroman Knockout in New York von Rob Hart. Dieser Roman markiert den ersten Band, der sogenannten McKenna-Reihe. Wie gesagt, spielt dieser ganze Roman in New York, wie der Titel schon sagt. Ich habe mich mal so ein ganz klein bisschen umgeguckt bei Rob Hart. Der schreibt wohl viele oder ausschließlich, das kann ich jetzt nicht genau sagen, Romane, die in New York spielen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich diesen Roman diesmal ausgewählt habe zu lesen, denn ich interessiere mich sehr für Romane und Geschichten, die in New York spielen und ist so ein bisschen mein Faible. Wenn man einmal da gewesen ist, dann weiß man, warum. Dieses Buch kostet in der Kinderversion als auch in der Taschenbuchversion 9,99 Euro. Also könnt ihr euch aussuchen, was ihr euch holt, was euch lieber ist. In dem Fall habe ich es als E-Book gelesen. Ich danke dem Random House Verlag, dass ich dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe. Soviel zu Daten und Fakten, jetzt ein bisschen zu der Geschichte. Im Vordergrund der Geschichte und als Protagonist steht Ashley McKenna, kurz Ash genannt. Der ist so eine Art, ja, man könnte fast sagen, Privatdetektiv, aber nicht offiziell. Er macht so dreckige Arbeiten im Milieu, Botengänge, bisschen was mit Drogen, selbst auch Alkoholiker kann man schon sagen und koksüchtig. Macht, wie gesagt, Botengänge, also so schmutzige Sachen oder mal sucht auch mal Vermisste oder hilft in dieser Hipster-Szene in New York den, ja, Liedern der einzelnen Gangs für gewisse Dinge, die man natürlich nicht offiziell machen kann, Übergaben und so weiter und so fort. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Er kraxelt immer so am Existenzminimum herum, hat kaum Kohle, macht auch mal seine Arbeiten für eine Pulle Schnaps, Whisky oder was weiß ich. Seine Wohnung ist auch so eine Sache für sich. Im extremst teuren New York hat er eine Wohnung, die er gar nicht offiziell hat. Da hat eine alte Frau vorher gewohnt, die längst verstorben ist und er tut so, als ob die immer noch lebt, weil es gibt da so eine Mietbindung wohl in New York und so weiter und so fort. Wie ihr seht, habe ich hier auch das passende T-Shirt schon zu diesem Roman angezogen, nur mal so am Rande. Ashton McKenna führt da so sein Leben, wie ich gerade beschrieben habe. Er hat ein Verhältnis zu der jungen Frau Shell, ein junges Mädchen, auch so ein bisschen durchgedreht. Eines Tages wacht er morgens auf, mal wieder völlig durch einen Wolf gedreht, Kopfschmerzen und so weiter und so fort, hat aber eine Sprachnachricht auf seinem Handy, die von Shell ist. Es ist die letzte Nachricht von Shell. Sie sagt, sie wird verfolgt, sie braucht Hilfe, aber leider hat er das Ganze ja in seinem Drogenrausch verpennt. Und kurze Zeit später wird auch schon bekannt, dass diese Shell ermordet worden ist. Ash schwört sich, den Mörder zu finden und setzt alles daran, in dieser Hipster-Szene in New York den Mörder ausfindig zu machen und erschwört ihn, umzubringen, wenn er ihn findet und gerät da so auch immer wieder mal zwischen den Fronten der einzelnen Gangs, Hipster-Gangs. Seltsame Vögel, die wirklich sehr speziell sind und sicher so die Hipster-Szene in New York so ein bisschen beschreibt, zumindest aus der Sicht von Rob Hart. Soviel zu der Geschichte. Ich möchte euch natürlich nicht zu viel erzählen. Es ist ein schöner Run durch dieses East Village in New York mit ein paar Ausflügen nach Coney Island und so weiter. Die U-Bahn-Geschichten, die da so abgehen. Wenn man einmal da war, weiß man, worüber man spricht. Da hat er auch viel zu sprechen. In den 70er Jahren, glaube ich, hieß es oder in den 80er Jahren. Wie ist es ja immer für Touristen? Wer die U-Bahn-Fahrt übersteht, in New York lebt, der hat es schon geschafft. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, ja, wie hat mir dieser Roman gefallen? Ich fand ihn einfach ausgesprochen super. Das sage ich euch mal so einfach so hingehauen und ich sage auch gleich, dass ich da fünf Sterne dafür verteile. Da war für mich, ist für mich ein Überraschungserfolg dieses Jahres bis jetzt ein super Roman. Hat mich total überzeugt. Ash McKenna ist ein super Protagonist, der wirklich auch, ja, wirklich auch überzeugt. Er ist ja fast schon ein Antagonist, weil er ein bisschen, ja eigentlich auch so ein böses Bild versprüht als Schläger und Trinker und Drogensüchtiger. Aber er hat natürlich seine gewisse Menschlichkeit, die er eigentlich auch gar nicht so zeigen will. Aber er ist eigentlich ein guter Typ. Er versucht seiner Mutter und seinem verstorbenen Vater gerecht zu werden. Sein Vater war ein 9-11-Held, ein Feuerwehrmann, der beim Einsatz gestorben ist. Und daran hat er auch immer noch zu knabbern. Das merkt man in der Geschichte. Und sicher wird das auch in weiteren McKennerei-Ebänden sicherlich auch ein Thema sein. Ihr hört schon, der Roman hat mich überzeugt. Er zeigt so ein bisschen diese Abgrenzung der wirklich New Yorker von dieser, sagen wir mal, Tourismus-Chickimicki-Gegend rund um Times Square und so weiter. Das wahre New York, gehe ich mal von aus, dass Rob Hart das so ein bisschen beschreibt. Ich war selber schon mal in New York natürlich, aber auch eher hier Touri-mäßig alles abgeklappert. Und er schreibt sogar, dass er als New Yorker, vielleicht ist das ja wirklich so ein bisschen biografisch auch von Rob Hart, zum Beispiel noch nie bei der Freiheitsstatue war. Dieser, ja, Ash McKenna, finde ich sehr interessant. Und er zeigt auch, wie unterschiedlich New York natürlich ist. Tourismus auf der einen Seite, diese Hipster-Szene, Gewalt-Szene, Drogen-Szene, Party-Szene und so weiter, der Einheimischen auf der anderen Seite. Extrem interessant dargestellt, finde ich, mit einer super Sprache, mit wirklich tollen Beschreibungen in gewissen Bars und Etablissements, die er da so besucht, um sich auf die Suche nach dem Mörder zu machen. Also für mich ein Bomben-Roman. Und ich freue mich schon auf die nächste McKenna-Reihe und Reihe Bücher. Und ich werde mir auch mal ansehen, was Rob Hart sonst noch so geschrieben hat, weil das genau das ist, was mir Spaß macht und was ich sehr, sehr, sehr gerne lese. Also ihr seht schon, überschwängliche Kritik von mir. Ich kann nur empfehlen, Knockout in New York zu lesen. Wäre gutes Kriminalromane, die auch mal ein bisschen ein anderes Szenario rund, nicht immer nur um Polizei und so weiter und so fort zeigen. Nicht so einen aalglatten Protagonisten. Hier haben wir wirklich einen schmutzigen Typ, der allerdings auch seine guten Seiten hat. Also eine tolle Figur, die Rob Hart meiner Meinung nach da ins Leben gesetzt hat. Auch die ganzen Randfiguren, die aus dieser Szene der Drogenhändler. Ginny, dieser Hipster-Boss, dieser, sagen wir mal, Transvestit, würde ich sagen. Oder sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, ob es Transvestit ist oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich kenne mich nicht so aus. Auf jeden Fall ist er super dargestellt. Und auch die anderen. Hipster-King heißt da einer. Auch so ein Hipster-Boss in der Gegend. Also super. Super geschrieben. Hat mich total überzeugt. Und ich freue mich schon auf weiteren Stoff von Rob Hart. Also, das war meine kleine Buchkritik oder sagen wir mal Buchvorstellung von Knockout in New York, die McKenna-Reihe Teil 1 von Rob Hart. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer Christoph von Replay.